Er kann uns trotzdem noch ziemlich wehtun. Ist er wieder verkehrt rum? Ja, ich muss das wohl so lösen. So, dann heilen. Autsch. Gleich muss ich eine Rast einlegen. Au. Ja. Jetzt sollte ich kurz rasten. Dadurch ist schon mal mein Dings abgeklungen. Meine Regeneration, das ist aber egal. Ich muss hier jetzt auf die beiden auf ihr Mana warten. Das kann eine Weile dauern. Da Mana-Regeneration doch ein bisschen dauert. So. Jetzt werde ich mal kurz gucken müssen, ob ich nicht noch einen mächtigeren Blitz-Zauber habe. Lightning Blast. Probieren wir es mal damit. Äh, ja. Au. Die sind gerade... Alle sehr... Schön. Da drin. Ja. Okay. Wenn ich wüsste, wo ich gerade Wasser finden würde, dann könnte ich das ein bisschen schneller hochheilen. Aber statt Wasser habe ich ja immer noch eine andere Möglichkeit. Die ist hier. Ah, ja. Die Axt. Kann mal hier hin. Das Buch kann zu den anderen. Steine brauchen wir noch. Wir haben jetzt von jedem Stein eine Farbe. Bleachfleisch. Haben wir eins hier. Fangen wir mal das restliche dazu. Und hier die schweren Dinger mal hier runter. So, weil das hier ist alles schweres Essen. Das werde ich als erstes essen. Ich glaube, das werde ich dann bei der nächsten Gelegenheit mal aufbrauchen, wenn ich wieder Hunger habe. Dass ich nicht mehr das ganze schwere Fleischspiel mir rumschleppen muss. Ah, das muss ich nur noch wieder den richtigen Weg finden. Das sieht wieder der richtige Weg aus. Der Zauber... Der Zauber... Ne, du machst jetzt mal Hast an. Ah, das war nicht gut. Mal kurz heilen. Au. Am besten noch mal heilen. Ich glaube, du brauchst jetzt mal die letzte Ladung von deinem Stab auf. Und benutzt den Zauber mal. Da lässt die Hass nach. Das tat gerade sehr weh. Rasten. Da benutzen wir jetzt wieder den Zauber vorrangig, um den Stab wieder aufzuladen. Bei einem Augenblick haben wir ja mehr als genug Essen und die Zauberkombination, die uns Essen gibt. Und du benutzt den Zauber, so. Au. Das hat einmal getroffen. so deswegen am besten einmal heilen ich hoffe das reicht hier noch einmal für den zauber so gut nächster rast ein zauber der mana regeneration erhöht das wäre was ich habe aber nicht zufällig irgendeinen zauber der stats erhöht oder protection evasion have energy das ist nicht schlecht darkness also das hier ist bless dark burst nekro chemie healing light blatt curse nein smite und dead funktioniert nur bei untoten dark missile und ansonsten habe ich hier nichts was ist mit dir magic arrow detect monster enchanted might das klingt auch nicht schlecht na egal jetzt regenerieren wird mal das mana hoch da kann er mal im bless sprechen das hilft vielleicht ein bisschen aus bless geht einfach nur der da unten so gut einmal heilung zyklon noch mal heilung noch mal der da so der ist weg ok ich höre da hinten aber noch einen rumwuseln das ist nicht so schön dass da hinten noch einer rumwuselt ähm bringt das was dir da drin einzuspüren das war der falsche schauber mal wieder das war auch der falsche dumm 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 da bin ich jetzt gerade zu blöd für die regeneration so das hat sie nämlich ganz schnell hoch die beiden können ihr restliches mana regenerieren so nicht nur anmachen so das ist besser das ist nicht so schön wieder wow schön jungs dass ihr so fleißig und putzmutter seid da unten äh ich hab Angst für euch das war nämlich eigentlich im original die stärksten gegner das merkt man ja auch ganz gut hast du nicht einen anderen blitz zauber der auch mächtig ist wispschiff invisibility lightning blast qtc shock shield blink lightning bolt 35 bis 70 und der lightning blast viermal airmagic das ist schon viel ja haben wir mal mehr speed drauf wo ist er jetzt hin ok war falsch gut vorweg gut warte 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 Ah, ja. Okay. Ein Secret mit einem Beastbone und einem Schädel. Okay, das erklärt auch, wofür der Schlüssel war. Wendet ich nicht gerade aus Versehen einen.